Ich habe ja letztes Mal schon angedroht oder versprochen, je nachdem, wie man dazu steht, dass ich heute nochmal Kopfhörer mitbringe und dass da vielleicht in Zukunft auch nochmal was kommt. Und ich habe heute einen besonderen Kopfhörer dabei, aus zwei Gründen. Zum einen, weil es mal wieder ein Knochenschalkopfhörer von Schox ist. Früher Aftershocks. Genau, früher Aftershocks und auch schon öfter mal in der Sendung, auch schon mal hier als Sponsor aufgetreten. In diesem Fall habe ich diesen Kopfhörer gesehen und habe verstanden, okay, der ist, hier wird Serious Business gemacht, den würde ich gerne ausprobieren und habe Schox mal gefragt, die mir die schicken können und das haben sie gemacht. Und zwar den Opencom 2 UC und der Opencom 2 UC, UC steht glaube ich für Unified Communication Business, hier einsetzen. Der macht aber eine Sache, die die sonstigen Schox Kopfhörer nicht machen, der hat hier so ein ausfahrbares Mikrofon. So, du hast so ein... Ja, das bedeutet Business. Das bedeutet zum einen Business oder Callcenter, je nachdem, wo man gerade so ist. Bedeutet aber halt auch, dass man ein Mikrofon hat, was viel näher am Mund ist, als wenn das im Kopfhörer drin verbaut ist. Und zusätzlich hat der Opencom UC ist halt ein Knochenschallkopfhörer, das heißt, der sitzt nicht auf den Ohren. Und wenn man jeden Tag viel Zeit in irgendwelchen Calls mit irgendwelchen Kollegen und Kolleginnen verbringt, dann oder halt einfach zum Beispiel, weil man es im Team eh zusammenarbeitet, sich einfach parallel zum Arbeiten in so einen Call reinklemmt, um einfach mal wie in einem Büro miteinander reden zu können, ohne im Büro zu sitzen. Es ist natürlich sehr angenehm, wenn du nicht dauernd was auf oder in den Ohren hast, weil das schon einfach anstrengend ist auf Dauer für in den Ohren oder auf den Ohren, je nachdem, was man halt hat. Und ich fand das relativ spannend und das ist ja die zweite Version davon und habe das mal ausprobiert über zwei, drei Wochen jetzt. Und ich muss, um das schon mal zusammenzufassen, sagen, ich bin relativ begeistert davon, weil, wie gesagt, er ermüdet die Ohren nicht. Und ich kann die Gegenseite sehr, sehr gut verstehen und offensichtlich kann man mich auch gut verstehen. Und ich habe mir gestern mal überlegt, wie klingt das denn wohl und habe mal in einem Audio-Call-Programm mit aufgenommen, man wird gleich hören, ich hoffe, Timo kann das einspielen, man wird gleich hören, dass das natürlich ein Unterschied zu diesem Mikrofon hier ist, aber auf der anderen Seite ist halt nicht die ganze Zeit hier ein Mikrofon in meinem Gesicht. Also man gewöhnt sich da zwar dran, aber es reicht völlig aus, damit man gut verstanden werden kann und ich möchte das mal kurz einspielen lassen. So klingt also der Ton von dem Opencom 2 UC von Shox, wenn ich den als Eingabe und Ausgabe in einem Audio-Kommunikationsprogramm ausgewählt habe. Ich schaue jetzt mal auf den Stummschalteknopf. Stummschaltung wieder aufgehoben. Ja, that was. Mir ist kurz das Wort für Audio-Kommunikationsprogramm nicht eingefallen, weil ich wollte natürlich weder Teams noch Zoom noch Skype sagen. Ist aber Zoom-zertifiziert. Der ist Zoom-zertifiziert und ich erkläre auch gleich, warum der Zoom-zertifiziert ist und warum ich in dieser Aufnahme auf diesen Knopf gedrückt habe. Man hat es klicksen gehört, weil der Stummschalteknopf, der ist vorne am Mikro. So, und ich hatte immer die Befürchtung, dass wenn ich da hinfasse, dass es einen riesen Lärm macht, tut es aber nicht. Weil du drückst, um die Stummschalten, drückst du vorne am Mikro auf den Knopf, dann sagt er dir ins Ohr, dass du jetzt gemutet bist und mutet dich. Und je nachdem, wie du den benutzt, und da komme ich gleich dazu, macht es auch Sinn, dass der Zoom-zertifiziert ist. So, weil du kannst ihn, das ist natürlich einfach erstmal ein Bluetooth-Kopfhörer, der ist multipointfähig, kann ihn also mit mehr als einem Gerät verbinden. Und wenn ich ihn stumm schalte, dann schaltet er halt einfach das Mikro stumm und verüberträgt halt keinen Ton mehr an das empfangende Gerät. Womit der aber auch kommt, ist so ein kleiner USB-Dongle. Das ist wahrscheinlich mehr oder weniger ein spezieller USB-Dongle von Shox, der eine Sache aber tut, du kannst ihn damit koppeln und der USB-Dongle, der meldet sich aber als Audio-Interface in deinem System. Das bedeutet, du hast dann nicht auf deinem normalen Bluetooth nochmal zusätzlich diesen Kopfhörer, sondern du hast einfach ein Audio-Interface. Das heißt, der muss nicht gegen andere, in Anführungszeichen, sich gegen andere Bluetooth-Devices durchsetzen oder Bandbreite und so weiter und so fort. Und was dieses Ding zusätzlich halt dann kann plötzlich ist, wenn du ihn stumm schaltest und per Zoom zum Beispiel telefonierst, ich weiß gar nicht, wie es mit anderen ist, nutzt der die Stumm-Schaltung in Zoom. Das heißt, ich kann da drauf drücken und im Moment werde ich in Zoom stumm geschalten. Manchmal hat das Vorteile, manchmal Nachteile. Es ist natürlich schon nett, wenn du dich stumm schalten kannst, ohne dass es so aussieht, dass du dich stumm geschalten hast. Das geht halt nicht, wenn du den mit dem USB-Dongle benutzt. Auf der anderen Seite ist es manchmal auch einfach relativ egal, aber grundsätzlich funktioniert das ja sehr, sehr gut. Ich schalte den ein, der koppelt sich sofort mit meinem Telefon und mit diesem USB-Schnupsi. Aber dadurch, dass er halt auch Bluetooth kann, kann ich halt den auch mit ins Büro nehmen, was sehr, sehr angenehm ist, weil ich kann den halt dann im Büro auch benutzen. Und da koppelt er sich halt einfach per Bluetooth mit meinem MacBook und MacBook Pro. Ist das so ein Produktivitäts-Hack, dass du in Zoom sozusagen als nicht stumm geschaltet erscheinst, aber in Wirklichkeit halt die Beine hochlegst und halt nebenbei irgendwie Hip-Hop-Musik hörst? Ja, nein, also nicht sicher. Ich glaube, oder? Das ist doch irgendwie so ein bisschen, du wirst als anwesend und als… Du wirst halt als Anwesender. Also es sieht halt aus, als wärst du viel echter anwesend. Ich verstehe. Das ist quasi die Softwarelösung für die Brille mit den aufgemalten Augen. Genau, das habt ihr sehr gut erkannt. Ja, das ist ein guter Hack, ja. Ja, das ist ein ziemlich guter Hack. Kann man auf jeden Fall machen. Aber grundsätzlich bin ich sehr, sehr angetan davon. Akkulaufzeit ist irgendwie ewig und drei Tage. Ich komme locker zwei Tage durch und dann sagt er irgendwann mal Battery Medium oder manchmal sogar Battery Low. Beides habe ich schon mal gehört. Läht aber relativ schnell. Hat natürlich ein proprietäres Ladegerät und keinen Stecker, weil der ist auch so ein bisschen spritzwassergeschützt, wenn du also, weiß ich nicht, im Wassercallcenter arbeitest, voll gut. Hat halt so ein magnetisches Ladegerät, wo du einfach hinten dieses Ding dran steckst mit dem Kabel, wo auf der anderen Seite ein USB-A ist. Aber nachdem wir hier vom Business reden, ist der USB-C wahrscheinlich noch lange nicht angekommen. Ist aber auch völlig wurscht. Den Adapter, den gibt es auch in C. Ah, das ist gut zu wissen. Also nicht, dass ich ihn in C bräuchte, aber das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Also dieser Loop-Adapter, den es dann gibt, mitgeliefert wird er mit USB-A. Aber sag mal, ganz grundsätzlich, wenn du jemanden hast, der dieses mit dem Nicht-in-die-Ohren-Kopfhörer noch nie ausprobiert hat, wie würdest du das beschreiben? Also klingt das genauso? Ist das wahrscheinlich schon was anderes, oder? Ja, völlig. Also die Audioqualität ist natürlich nicht so gut wie, also vergleichst du zum Beispiel mit AirPods Pro. Das kann so ein Ding nicht liefern, weil du hast halt einen Inducer, der dir auf den Hörknochen, sag ich jetzt mal, auf den Knochen vor dem Ohr, also den zum Schwingen anregt. Und dadurch hörst du es, weil das natürlich übertragen wird an die Knöchelchen im Ohr, die wiederum dafür sorgen, dass du grundsätzlich was hörst. Aber du kannst, du hast halt quasi einen Treiber. Und was du natürlich mit einem In-Ear oder mit einem Over-Ear haben kannst, du kannst da mehrere Treiber haben. Einer, der für Tiefen zuständig ist, einer, der für Höhen zuständig ist. Meistens hast du nur einen, weil es ein dynamischer Treiber ist. Aber der bewegt halt Luft und kein Knochen. Und Luft, also wenn man mal in die Luft geboxt hat und in Gesicht, wird man merken, in Gesicht boxen macht deutlich mehr Widerstand. Es ist halt vielleicht so vergleichsweise so ein bisschen, als hättest du einen Kopf unter Wasser. Es ist so ein bisschen weiter weg. Also nicht so, als wärst du so viele Meter unter Wasser, sondern so einen kurzen Kopf eingetaucht. Es ist so ein bisschen dumpfer als vielleicht so. So wie sich das Mikro anhört, so hört sich auch die andere Seite mehr oder weniger an. Also es ist schon okay, man kann damit sogar Musik hören. Das ist halt kein super High-Fidelity-Sound, aber das ist schon okay. Also wenn ich damit Musik höre, ist es so ein bisschen so, als wenn ein bisschen weiter weg im Zimmer Boxen stehen, die jetzt nicht irgendwie auf mich ausgerichtet sind. Hier am Schreibtisch stehen jetzt zwei Satellitenboxen und ein Subwoofer unter dem Tisch und die Satellitenboxen sind so eingerichtet, dass sie mir ins Gesicht schießen mit dem Ton. Und das, angenommen, da würde ich jetzt, hier hinten steht noch so ein Bose-Soundtouch rum. Und wenn ich das anmache, das schaut irgendwo ganz woanders hin und ist weiter weg von mir, das ist ähnlich wie dieses Ding. Weil das steht irgendwo im Raum und macht halt Ton. Und du hast halt immer diesen, wie wir es von den AirPods Pro kennen, diesen Transparenz-Modus quasi an. Weil du hast die Ohren immer frei. Das ist zusätzlich halt sehr, sehr angenehm, weil du kannst diese Dinge aufhaben und jemand kann reinkommen, dich vollquatschen. Wenn du nicht gerade in einem Meeting bist, dann ist es vielleicht ein bisschen blöd. Kann halt mit dir reden, ohne dass du einen Modus umschalten musst oder dass du die Dinge abnehmen musst, weil deine Ohren sind ja frei. Weil du kriegst alles mit. Das ist halt, das ist ein Vorteil in sehr, sehr vielen Situationen. Kann da natürlich auch ein Nachteil sein, weil du nicht dich abschotten kannst, wie wenn du dir ein Noise-Canceling-Kopfhörer aufsetzt und sagst, okay, ich möchte mich jetzt irgendwie, also stell dir vor, du bist in einem Büro mit mehreren Leuten drin und ich möchte mich jetzt in den Tunnel begeben und Musik hören, die mich abschottet von irgendwas. Das geht damit halt nicht. Aber das ist halt auch nicht der USP von diesen Kopfhörern. Und ansonsten funktionieren die aber für mich sehr, sehr, sehr gut. Und ich benutze tatsächlich, seitdem ich die geschickt bekommen habe und ich hoffe übrigens sehr, dass Schockstil nicht zurückhaben möchte, weil ich sehr begeistert bin, benutze ich quasi dieses große Mikrofon für Videocalls oder Calls generell nicht mehr so oft, weil es halt viel einfacher ist. Also die Hürde ist sehr viel geringer geworden. Vor allen Dingen hängen die nur über den Ohren, nicht wahr? Also das, wenn du wirklich jemand bist, der, meine Frau ist so jemand, die viele Stunden am Tag einfach in diesen Calls rumhängt, ohne auch was sagen zu müssen und so weiter, ist es wahrscheinlich echt auch angenehmer. Und du hast halt die Ohren frei, um AirPods reinzutun und dann Hip-Hop zu hören. Sehr gut. Und da musst du dich nicht mal stumm schalten, weil die meisten kriegen das ja dann auch gar nicht so richtig mit. Da, so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Ich werde meine Produktivität dermaßen hacken damit. Das ist auf jeden Fall schon mal gesetzt, würde ich schon mal sagen. Gut. Ja. Okay, dann linke ich auch die. Sind nicht ganz billig. 200, ne? USP sind mindestens bei 200, wenn nicht sogar mehr. Dollar, ja. Genau, ich glaube, seit 250 Euro ist der UV, also USP, UVP, was auch immer die korrekte deutsche Beschreibung dafür ist. Ich glaube, Straßenpreis ist ein bisschen weiter unten. Aber grundsätzlich, wenn man halt überlegt, wie viele Stunden man pro Tag möglicherweise sowas benutzt, relativiert sich das wieder. Am besten ist, man lässt sich das irgendwie vom Arbeitgeber bezahlen, zusätzlich zu einem Jobrat und einem kostenlosen Obstkorb, dass man auch dann auf der Dachterrasse, während man sich das Obst reinsteckt. Heute alles Business hier. Ja, super Business. Dass ich die Krawatte nicht anhabe, ist wirklich auch nur ein Zufall gewesen heute. Okay, gut.